Also, in dieser Welt hier. Gude. Scheiße, ich muss, ich muss weiter unten, äh, zwitschen. Mist. Ich dachte, ich könnte das direkt daneben dran machen. So, verschwind mal bitte alle. Kann ich jetzt hier, ist da hier was verborgen in diesem Baumstumpf? Nö. Loll, ich kann hier Löcher graben einfach. Okay. Ja, gut. Ich hab jetzt gedacht, er meinte den Baumstumpf und, äh, hab deswegen hier einfach, äh, natürlich jetzt nicht aufgepasst. Hat einer aufgepasst, was er genau gesagt hat? Oder kann ich zurückgehen? Und, äh, sag mir das nochmal. Sagst du mir das nochmal? Tschüss. Egal. Wir werden sie finden. Oh, ein Herzchen. Irgendwann werden diese Blüte. Nope. Find ich gut. Ich auch nicht. Was ist denn hier in den Häusern? Was soll das sein? Wow. Du, 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 du. Und jetzt hier. Du, 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 du. Bist du? Was, 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 was ist denn hier los? Überall irgendwelche Spielstände, also, äh, Sachen zum Spielen. Ich hab genug Kohle. Ich brauch nichts mehr. Ich will ein Schnitzdorf. Kann ich dich nicht anheben? Oh, ich muss hier hoch. Oh. Warum kannst du das hier nicht anheben? Das ist hoch. Oh. Ich. Tschüss. Wie komm ich denn dann da hoch? Von hier scheinbar nicht. Hm. Das Problem ist, ich kann ja, wenn ich jetzt hier in die andere Welt gehe, komme ich nur zurück. Warte mal. Oh, Nase. Ja, komm ich nur zurück, wenn ich in dieses Ding reinnehme. Hä? Ist jetzt mein Spiel verpackt? Ich müsste, eigentlich. Ich glaube, hier komme ich nicht dahin, ne? Nee, hier ist zu. Hier ist zu. Komme ich denn oben hier? Das Spiel macht mich heute irgendwie wahnsinnig. Keine Ahnung warum. So geil das Spiel auch ist, es macht mich heute wahnsinnig. Bevor ich jetzt den Spiegel wieder verwende. Bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Ich gucke mal, ob ich jetzt irgendwie anders hochkomme. Keine Ahnung, wo ich bin. Ich bin jetzt hier. Ja, da komme ich zu dem Schloss. Bringt mir aber nicht viel. Hä? Ich bin heute echt übelst lust. Warum? Nein, ich wollte dich töten. Hier ist ein Haus. Wie gehen wir ins Haus ran? Da muss ich mich, glaube ich, rechts fahren. Genau das, Ben. Genau das. In der alten Welt habe ich mich schnell zurechtgefunden, aber hier komme ich irgendwie gerade gar nicht. Alter, was wollen die alle Geld? Was ist los mit denen? Also rechts die Ecke waren wir ja jetzt schon, ne? Ich habe das Gefühl... Warte. In die anderen Bereiche komme ich noch gar nicht. Hier habe ich noch das eine Häuschen. Das könnte ich mir noch angucken. Das könnte sein, dass da wirklich auch eins ist. Hier oben waren wir ja jetzt. Aber wir waren nur oben rechts drin, ne? Wir könnten noch hier oben das Häuschen reingucken. Ich wäre gerne mal zum Dorf gegangen. Mich würde interessieren, wie das Dorf jetzt aussieht, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Ich 2024. Da ihr всеollar hört. Wo ist es eigentlich hier oben? Ja, wir können hier oben! Da-da-da-da-da! Da-da-da-da! Oder ich muss wirklich die Dinger nach der Reihenfolge machen, was irgendwie ein bisschen... ...geil wäre. So, why? Was ist das? Wenn der meint, dass ich das nicht brauche, okay. Wenn der mir das sagt, dann glaube ich ihm. Kann ich schwimmen? Nein. Das Spiel macht mich heute wahnsinnig. Ich sterbe jetzt gleich wieder. So, ich gehe jetzt nochmal hier hoch. Da oben ist auch noch ein Haus. Wir gehen uns jetzt erstmal die Häuser angucken, die wir uns angucken können. So, weird. Yo. Ich bin doch nur hier dran vorbei. Ich will doch gar nichts. Ich will nichts von euch. Ich will euch nicht töten, gar nichts. Ich will nur hier vorbei. Geh weg. Ich will schon ruhig. Ach, weg bist du. Ich bin hier oben drauf, ja? Ich gucke jetzt oben. Das ist ein Herz. Das gönne ich mir jetzt zuerst mal. Warum geht hier keine Bombe? Wir hatten Bombe eben probiert, ne? Beides nichts. Und hier drumherum scheint auch nichts zu sein. Ich will jetzt erstmal nur die Mapper kunden. So, wir waren auf dem Weg da oben hin, ne? Als wir gestorben sind gerade. Oder? Und hier schaut es eigentlich so aus. Jetzt würde es da ein Haus gehen. Ach, leck mich doch am Arsch. Was ist denn heute los? Dieses Spiel macht mich heute wahnsinnig. Ich gucke mir jetzt nur noch das Haus an, dann reicht es mir für heute, glaube ich. Irgendwie will das Zelda heute nicht. Das macht mich mehr wahnsinnig als entnützt. Ich mach das toll. Ich sterbe schön, ja? Ich versuche den Controller fest in der Hand zu halten und nicht irgendwo hinzuschmeißen. Ach, leck mich. Ich wollte da hoch. Mann. So, darf ich jetzt mal in das Haus hier? Danke. Weg. Jetzt gibt es hier. Sonst noch irgendwas Gescheites hier, irgendwie. Hier ist eine kaputte Brücke. Wenn ich jetzt den hier benutze. Ist ja auch eine kaputte Brücke. So schlimm ist es doch gar nicht. Es nervt gerade ein bisschen, dass ich nicht vorankomme. Warte. Hier ist die Brücke kaputt, ja? Könnt ihr auch mal chillen? Lass mich mal in Ruhe. So, warte mal. Hier ist nämlich eigentlich keine Brücke. Was das Problem ist, ich kann hier nicht mehr zurück. Das finde ich ein bisschen komisch. Nee, in Ruhe. Tschüss. Nein. Also oben waren wir auch. Da ist eine kaputte Brücke. Da ist eine kaputte Brücke. Hier geht es wieder zurück. Hier kommen wir noch nicht rein. Ich gehe davon aus, wir müssen als nächstes hier rein und das Rätsel lösen. Aber ich habe keine Ahnung. Ich habe ja noch nicht mal hingekriegt, die Truhe zu öffnen. Aber in dem Haus war ich auch, ne? Lass mich an Ruhe. Das ist noch links. Es könnte natürlich sein, dass man wirklich die Tempel anhand der Reihenfolge machen muss. Dass man anders irgendwie nicht in die anderen Gebiete kommt, I don't know. Was ich suche. Aber jetzt ist löse. Meine Nerven. Schokolade. Okay, da kommt, glaube ich, irgendein Wassertempel. Kude. Dö, 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 dö. Dö, dö, dö. Könnt ihr mich mal... Schoko kann ich dir anbieten. Kurz eine Schokie-Pause machen. Okay, nächste Überschrift ist eigentlich, ich habe jetzt in der Komplettlösung geguckt, was die nächste Überschrift wäre. Wäre die Flöte holen. Tatsächlich. Scheiße, wo war das? Rechts hoch. Das wäre also zumindest der nächste Stepload-Überschrift. Dann machen wir das doch. Ja, ja, ich weiß, in welcher. Ich muss nur dahin kommen, ohne zu sterben. Das funktioniert, glaube ich, heute einfach nicht. Ich nerv echt zu oft heute. Ich mache jetzt mal eine Flöte. Ich mache jetzt mal was mal probieren. Ich mache jetzt mal eine Flöte. Ichki. Ikke weg. Okay, weg. Weg. Das ist doch so süß mit diesen kleinen Nöppeln hier, die der unterhaut. So. Da war eine Blume. Ich habe es gegen Blume nicht geschafft. Wait a minute, ist das hier oben? Nein, das war jetzt falsch. Nein. Hier ist es nicht. Ich bin eins zu weit rechts. Hier war es. So, der hat irgendwas davon gelabert, dass er die irgendwo verbuddelt hat. Ne? Die Frage ist wo und was ich dann am Ende damit machen kann, das weiß ich immer noch nicht. Wir buddeln jetzt einfach mal hierzu ein bisschen. Wie geht's euch denn so? Buddeli buddeli. Oben in der Mitte hatte ich ja eben schon fast alles weggebuddelt, ne? Hm? Leut. Wie die Tiere einfach wiederkommen. Guck mal, hier ist eine einzelne Blume. Der geht immer hier. Da kann ich jetzt nicht buddeln, weil... Nein. Und spiel. Lasst euch nicht... stören. Nach einem Fernseher? Warum? Warum? Ach so. Kriege ich jetzt was von dem, wenn ich jetzt die blöde Spiele kurz? Was hat das jetzt? Was? Wie? Ich habe gar keine Schaufel mehr. Cool. In den Ort, wo ich gewohnt habe. Also wahrscheinlich hier Village, oder? Old Man. Ja, aber wie komme ich ins Village? Wait, hier bin ich falsch. Was ist das? Das ist so auffällig. Kann ich hier irgendwas, äh, wo land ich hier? Loll. Haha, ich bin oben. Was bist du? Oh, okay. Nice. Was gibt's hier? Was meinst du mit Möbelrücken wegen, äh, Pictures Fernseher? Ach, du baust das ständig um. Das würde mich aber auch nerven nach einer Zeit. War doch wichtig. Bisschen da. Ja, das wäre halt vielleicht eine Idee, ne? Irgendwie. Normalerweise kann ich doch die Dinger hier bewegen, oder? Wie komme ich jetzt hier? Also ich gehe davon aus, dass ich jetzt hier weitergehe. Weil hier komme ich ja nicht weitergehe. Ja, gut, das stimmt. Und, ähm, musst du halt gucken, wie du das, ähm, am besten machst, ne? Okay. Bis zum nächsten Mal.